Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11502. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Entdeckung neuer Software hat bei uns die Arbeitsabläufe im Büro revolutioniert. Die Entdeckung neuer Software hat bei uns die Arbeitsabläufe im Büro revolutioniert. Ich kann nur dann gut arbeiten, wenn ich die richtige Musik höre. Ich kann nur dann gut arbeiten, wenn ich die richtige Musik höre. Ich kann nur dann gut arbeiten, wenn ich die richtige Musik höre. Videokonferenzen machen das Geschäft so bequem. Durch den Wegfall von Reisezeiten kann effizienter gearbeitet werden. Videokonferenzen machen das Geschäft so bequem. Durch den Wegfall von Reisezeiten kann effizienter gearbeitet werden. Videokonferenzen machen das Geschäft so bequem. Durch den Wegfall von Reisezeiten kann effizienter gearbeitet werden. Ein Geschenk, das man nie vergisst, ist das Geschenk der Liebe. Ein Geschenk, das man nie vergisst, ist das Geschenk der Liebe. Ein Geschenk, das man nie vergisst, ist das Geschenk der Liebe. Die Entscheidung der Künstlerin, ein neues Projekt in Angriff zu nehmen, ist ein Zeichen ihrer Kreativität. Die Entscheidung der Künstlerin, ein neues Projekt in Angriff zu nehmen, ist ein Zeichen ihrer Kreativität. Ich bin mit dem Einkaufen fertig. Kannst du mich vor dem Geschäft abholen? Ich bin mit dem Einkaufen fertig. Kannst du mich vor dem Geschäft abholen? Ich bin mit dem Einkaufen fertig. Kannst du mich vor dem Geschäft abholen? Manche Ärzte arbeiten 36 Stunden am Stück. Sie diagnostizieren, organisieren und operieren. Solche Marathonleistungen werden in deutschen Krankenhäusern erbracht. Manche Ärzte arbeiten 36 Stunden am Stück. Sie diagnostizieren, organisieren und operieren. Solche Marathonleistungen werden in deutschen Krankenhäusern erbracht. Manche Ärzte arbeiten 36 Stunden am Stück. Sie diagnostizieren, organisieren und operieren. Solche Marathonleistungen werden in deutschen Krankenhäusern erbracht. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wobei ich gerade Fragen angeht. Sollte Karpunkte einig. Kompeten Sie mit dem Einkaufen. Sollte Karpunkte was hier. Sollte Karpunkte. Sollte Karpunkte mal sein. Sollte Karpunkte. Sollte Karpunkte. Verweigd.